Willkommen bei Raja. Hallo! Wir sind Europas Nummer 1 im Verpacken. Als Verpackungsgroßhändler beliefern wir ganz Deutschland mit unseren knapp 9000 Produkten. Wir haben 18 Niederlassungen in 22 europäischen Ländern. Somit sind wir sehr gut über ganz Europa verteilt und arbeiten alle intensiv zusammen. Als Auszubildende bei Raja wirken wir täglich am Unternehmenserfolg mit und gestalten so unsere eigene Zukunft. Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann bleib dran. Hier im E-Commerce kümmern wir uns hauptsächlich um die Pflege und Gestaltung des Webshops und die Planung von Online-Aktivitäten wie zum Beispiel Newsletter und Kampagnen. Des Weiteren erstellen wir Produkttexte und legen Bilder an und sorgen damit für eine attraktive Darstellung des Produkts. Mit Hilfe von Google Analytics und weiteren Analyse-Tools können wir das Kaufverhalten sowie die Zielgruppen genau bestimmen und unsere Aktion danach richten. Wir legen Gutschein-Codes an, damit unsere Kunden wie gewohnt diese im Warenkorb eingeben können. Wir im Vertrieb stehen in direkten Kontakt mit unseren Kunden, sei es telefonisch, per Mail, Chat oder Fax. Als professioneller Verpackungsspezialist nehmen wir die Bestellungen an, beraten und gehen auf die unterschiedlichsten Kundenwünsche und Bedürfnisse individuell ein. Hier sind wir in einer wichtigen Abteilung, in unserem Einkauf. Da wir kein Hersteller sind und all unsere Produkte von knapp 200 Lieferanten beziehen, haben wir einen sehr engen Kontakt zu den Herstellern. Bei auftretenden Problemen sind wir der Hauptansprechpakt. Außerdem bieten wir unseren Kunden personalisierte Verpackungen an. Das können Klebebänder, Kartonagen, aber auch alles andere sein. Ich habe mich für eine Ausbildung bei Raja entschieden, da immer neue Aufgaben und auch neue Herausforderungen auf uns warten. Wir Azubi-Projekte selbstständig durchführen und gestalten können. Wir während der Ausbildung jede Abteilung durchlaufen können. Wir viel Kontakt zu unterschiedlichen Kunden und Lieferanten haben. Und warum du dich für eine Ausbildung bei Raja entscheiden solltest, weil wir flexible Arbeitszeiten haben. Eine hausinterne Kantine, Gesundheitsförderung sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Bewerb dich! Bewerb dich! Bewerb dich! Bewerb dich! Bewerb dich! Untertitelung des ZDF, 2020